Ja, ich muss mal meine Füße ein bisschen bewegen. Ja, bewegen Sie mal Ihre Füße. Es ist ein bisschen kalt hier. Außer habe ich einen Richterhammer am Sack. Was haben Sie da? Richterhammer am Sack. Gucken Sie mal. Gott. Oh, das sieht aber schön aus. Haben Sie ihn gesehen? Ja. So, wir gehen mal rein hier. Ja, wir gehen da mal rein. Neue Projekte verfügbar. Ja, wir gehen mal rein. Guck mal, was da passiert. Ja, wir gehen mal rein. Na ja, gut. Dann ist das so. So, wo müssen wir hin? Ja. Erst mal Hallöchen, würde ich sagen. Neuzeit. Verkaufen. Möchte verkaufen. Verkaufen. Alles, was ich eingesammelt habe, möchte ich verkaufen. Aber ohne Ente. Ich habe so viele Sachen hier, ne? Ausstattungs-Mod. Weiß gar nicht, wo ich dann alles hinpacken soll. Okay. Durchzogene Metall-Schnur. Was soll ich damit anfangen? Oh, ich habe noch SHD-Tech 29, die kann ich einsetzen. Oh, das können wir mal machen, Freunde. Ich kann das verkaufen. Nein, ich will das nicht verkaufen. Ich will die ganze Waffenscheiße hier verkaufen. Okay, hier kann ich auch noch was. Da kann ich drei. So was, das mache ich. Ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Freischalten. Kann er die alten Klamotten verkaufen, dich. Also alles so 16, 17 Klamotten. Ich behalte das noch. Ich habe doch nichts verkauft, du blöd Mann. Hier habe ich schon alles freigeschaltet. Was haben wir hier? Ist hier noch irgendwas? Hier kann ich nur was. Wie läuft's? Ich kann noch ein paar Vorteile einsetzen. Genau, habe ich auch noch. Vorteile. Da brauche ich schon was hier. Wo kann ich denn hier? Hier Dosen werfen, kann ich? Du, da brauche ich Stufe 30. Wir müssen unbedingt Stufe 30 machen. Das SHD-Tech, ne? Hm. So, Stufe 30. Das ist ja auch noch ein bisschen, ne? Da ist alles fertig. Ah, ich kenne es schon. Ähm, wie kann ich denn? SHD-Technologie. 24 habe ich. Da habe ich ja so einiges, einiges, einiges. Meine Granaten werden auch aufgenommen. Den kann ich nicht, den kann ich nicht freischalten, aber das. Den kann ich freischalten, das mache ich. Also ich habe jetzt, glaube ich, so ziemlich alles, freigeschaltet. Ah, ne, der... Ich nicht. Mein Lager wird erhöht. Mein Lager habe ich auch erhöht. Hm? So, habe ich hier noch was? Granate? Granate. Ja gut, kannst du auch, kann man immer benutzen. Ja. Also ich habe jetzt gerade ein Lager auf der Reihe. Ah, ne, geht nicht, aber geht ja nur bei Stufe 30. Ja, ja, ja. Das hat auch Stufe 30, also leu. Das ist aber noch ein paar gute. Ich habe ja fast alles fertig, ne? Derlegen! Freischalten. Freischalten. Zack, habe ich alles gemacht. Hier, Dosen werfen. Freischalten wurden aufgehoben. Du musst... Ja. Freischalten. Was ist das denn hier? Was ist das denn hier? Schwere Kopfgeldeinsätze. Äh, ne, mehr geht nicht. Ausrüstung. Drei neue Ausrüstung können jetzt im Internet erstellt werden. Also neun. Freischalten. Was willst du? Einmal. Und dann ist die Stufe 30. Ansonsten war fast alles freigeschaltet, ne? Ja, ja, ja. Also es ist praktisch... Ne, doch nicht. Moment, doch. Alles freigeschaltet soweit. Hoxton, bevor wir was machen, wollen wir ein paar Spielkarten organisieren? Moment, ich habe noch den Jojoa und so. Aber ich habe noch Vorteile, aber ich kann ihn nicht benutzen. Oh. Wo mache ich denn jetzt damit? Ja, weiß ich nicht. Packen Sie an die Seite, halten Sie für nächstes Mal warm. Ja, wollte ich das warm halt. Aber jetzt müssen Sie mir erst mal erklären, ne? Passen Sie mal auf. Ich habe im Inventar. Ja. Im Inventar. Ich mache das immer auf, ja. Ich habe da so einige... Weil ich wollte ja was verkaufen, ne? Ja. Hier sind noch zu. Hier, ich habe zum Beispiel... Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ausstattungsmod mit vorprogrammierten Status-Dingsbot-Protokollen. Aber wo kann ich denn draufsetzen? Eine Ausstattungsmod auf Ihre Klamotten. Ja. Auf Ihre Anziehsachen. Jetzt bin ich mal... Also jetzt bin ich mal... Jetzt aber mal, ne? Ja, aber die Anziehsachen haben wir noch nicht. Also kann ich die überhaupt nicht benutzen? Noch. Und Sie können die... Ich kann die doch hier im Lager packen. Ja, genau. Da packen Sie die dann rein. Aber Sie können die warten. Ich überlege gerade, kann man das schon machen? Warte mal auf. Ich mache mal das Lager auf hier, ne? Nee, die haben wir ja noch nicht. So ist es passend. Ja, genau. Machen wir mal ein Lager auf. Mod. Da ist ja gar keine Mods drin. Ach, Inventar. So passen Sie mal auf. Nee, habe ich ja auch nicht. Sie haben keine Mods im Inventar? Anscheinend nicht. Moment. Das ist alles Ausrüstung? Da kann ich nichts mit anfangen. Nee. Ausstattungssystemmods heißt das so. Oder Fertigkeitenaufsätze. Nee, das hat nichts damit zu tun. Moment mal. Weil Ihre Mods, die müssen ja dann bei den Systemmods oben angezeigt werden. Ausstattungssystemmods. Uff. Inventar. Hä? Wie Ausstattungssystemmods? Wie steht das denn an? Ja, Sie sagen doch, Sie haben Mods. Ja, aber so einige. Viele. Ja, wie heißen die denn? Ja, die suche ich ja gerade. Ach so. Finde ich nicht. Ja, dann haben Sie die auch nicht mehr. Haben Sie jetzt gerade. Ich habe gar nichts verkauft. Merken Sie doch mal. Ich habe nichts verkauft. So, ich gucke. Die hören aber auch nicht, ne? Wenn man jemand sagt, ne? Man kann hier sagen. Doch, doch. Ich höre. Das ist, glaube ich, so. Man kann hier sagen, was man will. Da wird nicht drauf gehört oder so. Das geht ja schon wieder los. Das ist einfach so. Gleich nennt er mich wieder Vollpfosten, wisst er? Ja. Gleich bin ich wieder der Vollpfosten. Ist schon möglich, dass ich das sage. Ja, 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 ja. Und wenn dann aber auch zurecht. Vollpfosten habe ich hier. Ey, da, da. Ich habe es gehört. Ich habe es auch gesagt. Warum haben Sie das CV? Ich sage Ihnen das jetzt nochmal, weil ich habe. Passen Sie auf. Ja. Wenn ich auch verkaufen gehe, ne? Und ich scrolle jetzt mal runter. Ja. Dann habe ich einmal ein instabiler Oszillator. Mit Ihnen mache ich gern Geschäfte. Ein instabiler Oszillator. Was das sein soll, keine Ahnung. Multitool? Ein Multitool habe ich. Was ist denn davor? Wie davor? Ist da irgendwie eine Drohne oder... Nee, so ein komischer Typ da. Mit so einem komischen... Drumherum? Ja, so ein komischer Typ. Hitzemantel habe ich da zum Beispiel. Wenn Sie dann mal draufklicken, das ist auf jeden Fall... Warten Sie mal, der Hitzemantel. Ich gucke mal eben. Ja, Leute. Ist ein bisschen langweilig für euch. Ich weiß, aber... Der ist zum Beispiel für den Impulsgeber. Dieser komische Typ ist ein Mod für den Impulsgeber. Dann können Sie den auf den Impulsgeber setzen. Was für ein Impulsgeber denn? Wenn Sie mal im Inventar reingehen, mal weg von dem Verkaufstypen, dann haben Sie im Inventar ja... Spannend. Ganz rechts, also neben den Knieschonern rechts, haben Sie so einen Rucksack. Da gehen Sie mal drauf. Und dann sehen Sie unten rechts Aufsätze für den Impulsgeber, Aufsätze für den Riesenstock... Ah, jetzt, jetzt, jetzt... Ja, jetzt verstehe ich. Und da finden Sie dann diese Mods. Ich verstehe. Okay. Jetzt habe ich verstanden. Da sind die drin. Und die kann ich auch nicht benutzen. Doch, die können Sie benutzen, wenn Sie einen Impulsgeber ausgerüstet hätten. Aber den haben Sie ja nicht ausgerüstet, weil Sie ja die... Jetzt verstehe ich Sie. Uli und die ist beschützig. Aufsätze für Drohnen habe ich zum Beispiel. Aha. Ja, 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 okay. Aber kann ich nicht benutzen. Und soll ich damit? Okay, Glühwürmchen haben Sie auch, ne? Ich habe auch ein Glühwürmchen, da bin ich stolz drauf. Okay, also, das haben wir jetzt geklärt. Das finde ich ja schon mal sehr gut. Wie sind neue Projekte verfügbar? Wo denn? Wo muss ich denn da hin? Hier? Hier? Hier wird mir jemand angezeigt. Warte mal, ich gehe mal zum Friseur. Ach, schon wieder. Mal gucken, was der so sagt. Ja, weil... Hallo, ey, Gesichtsbehaarung. Die Kotzläden gefallen mir. Können wir hier... Oh, bitte nicht wieder die Rotzbremse. Können wir so einen Pornopol ins Gesicht ballern. Nein, nicht die Rotzbremse. Die hatten wir doch ja. Der sieht auch scheiße aus. Der vielleicht? Ja, komm. Den? Nimm jetzt den. Anliegen. So. Mal gucken, was uns jetzt erwartet, Freunde. Rück. Oh mein Gott, was kommt jetzt? Noch sieht er ja normal aus. Ach, du Schande, ne. Machen Sie es bitte weg. Ne. Das ist nicht Ihr Ernst. Ja, und ob. Muss ich jetzt hier lang? Hilfe, kommen Sie hier raus. Hilfe, ich muss hier irgendwas machen. Wir müssen noch was machen, was müssen wir denn machen? Lauf mal hier ein bisschen durchs Haus. Nicht länger gestattet zwischen 16 und 7 Uhr. Leitungswasser oder... Da hinten, wie wir... Ach, das kann doch alles nicht wahr sein. Hier wird zum Beispiel angezeigt, ne, verstehen Sie? Ja. Neue Projekte verfügbar. Aber wo? Oben. Hier oben. Oben, hier? Hier, da? Hier. Hier. Äh, Sie müssen auch hier hinterher kommen. Wo sind Sie denn? Ach. Ich weiß nicht. Ich komm noch mal rein hier. Und da? Wohin? Wo sind Sie? Hier oben. Wo? Hier oben. Weiter durch. Hier bin ich. Achso. Okay. Ein bisschen desorientiert, aber naja. Wird hier was angezeigt? Ja, hier, da. Hier Projekte. Projekte ansehen. Wir haben was. Ja, was haben wir denn? Danke. Ja, da war was. Oh, ich kann wieder was spenden. Das ist gut. Ja. Das war schon. Ja, es ist dann ausgeklingt. Ich kann noch mehr spenden. Kann ich auch wieder auch. Kann ich auch wieder spenden? Nee. Kann ich noch was spenden? Ich glaube, ich brauche ja nichts spenden. Je mehr Sie spenden, um so, oder geht der Ball? Ich habe doch nichts. Achso. Ach, ja, ja. Wann Sie mal, haben Sie eigentlich schon mal im Spiegel geguckt? Warum sind Sie komisch tätowiert um Raube? Wo sind Sie denn Sommersprossen? Was? Ein Einschusslöcher, ne? Kann sein, ja. Mein Bart gefällt Ihnen doch, oder? Nein, der gefällt mir ehrlich gesagt. Die Kollegen haben mir nicht gefallen. Ich finde das cool. Ich mag keine Bertha, aber... Ja, noch nie Bertha. Was machen wir denn jetzt? Ja, bei mir ist auch ein Projekt fertig zur Fertigstellung. Ja, gucken wir mal auf der Karte. Karte. So. Also ich habe hier den Haupteinsatz DCD-Hauptquartier, aber ich meine, das haben wir beim letzten Mal zusammen schon gemacht bei Ihnen, aber ich habe es trotzdem hier. Habe ich auch offen. Ja. Dann machen wir den. Dann machen wir den doch. Dann machen wir den doch. Dann machen wir den Laden jetzt zu. Ja, genau. Sind Sie schon draußen? Nee. Weiß nicht, wo Sie rumlaufen wieder. Komm gerade raus. Okay. Öffnet das Tor. Da bin ich. Sie sind ja so schnell wie da, Herr Hoxton. Sie kommen ja gar nicht mehr hinterher. Oh. Ach so, das sind Sie jetzt. Ich habe Sie gerade verwechselt mit dem Bart. Ja. Ich habe gedacht, es steht... Ja, ja, ich wollte schon wieder drauf losballern. Ja, ich habe gedacht, wenn der jetzt einmal zuckt, na ran ist, vorbei, dann krümmt sich mein Zeigefinger. So, wo müssen wir denn hin? Ich glaube, Sie gehen jetzt mal... Da, wo der Hund ist. Hallo. Hallo. Ja. Grüß Gott, Goldi. Jetzt, ich bin mir geschraubt, weil ich so ein Bart habe. Ja, da werden sich einige erschrecken. Ab jetzt, versprechen. Die gehören zu uns. Was ist denn hier los? Wir fliegen Granaten, ey. Ja, 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 ja. Leute, Leute. Schön, Sie zu sehen, Agent. Ja, super. Aua. Oh, der scheppert hier aber ganz schön. Ja, aber die ballern sich dagegen, sagt die, ja. So. Ja. Ja, da muss ich aber irgendwie hin. Da muss ich aber irgendwie hin, ne? Ja. Oh, das ist ein Dieter, glaube ich, ne? Keine Chance. Ja, wir machen wir weg. Warten Sie mal, ich hab doch... Wolli! Weg! Na, hol ihn dir! Na, hol ihn dir! Wolli! Ja. Ja. Ich hab den Dicken mal weggemacht, ne? Ist das okay? Na, Herr Ochs, du, könntest du mir nochmal verraten, wie ich springe? Ja. Bis der AG. Na, dankeschön. Das braucht es mir jetzt einmal. So, die hört auf zu schießen, denn du... Ach, du scheiße. Ach, du scheiße. Ach, du scheiße. Ja, da hinten. Ruhig jetzt. Ruhig, ruhig! Ruhig, 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 ruhig! Der ist tot! Hab's gesehen, guter Schuss! Der ist tot, der ist tot, der ist tot. Los! Lasst uns hier verschwinden. Je mehr wir töten, desto sicherer sind wir. Ach, du bist dann ganz cleveren. Oh, weiter, wir müssen weiter hier. Wir haben keine Zeit für so eine Scheiße. Ja, wo gehen wir denn mal? Wo gehen wir denn mal? Ja, wo gehen wir denn mal? Oh, das haben sie sehr gut gemacht. Während sie da noch umgegriert sind, hab ich schon mal geguckt, dass alles freis. Ich hab' nicht hier rumgegriert. Ich hab' überlegt, wie ich jetzt mal die Mauer angeburte habe. Ja, 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 ich hab' mir hier rumgegriert. Naja, es hatte mir ja sicher, sie wollten, sie wollten strategisch vorgehen. Genau. Ganz genau, wo sieht das aus? Er war da lang. Hier da. Hier da, oder da hier? Hier da, hier? Okay, dann gehen wir hier da. wir sind so unter sich beschäftigt ich habe mal gespannt hier ein stufe 18 das ist schön ich bin 16 sollte aber reichen meldet aktive fälle von grünem gift sie kommen anscheinend aus dem dc was auch immer da los ist wir müssen dafür sorgen dass es aufhört ich habe keine ahnung liegt hier noch was ja hier ist noch was hier ist alles durfte wir müssen glaube ich hier rüber ihre kugel geht ja typisch um keks gerade hier ist das meine genau aber ihre nicht auch da ja und da wir jetzt unsere 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 mozart kugeln kaputt gemacht haben das sehen wir uns beim nächsten mal also macht gut ja ciao